hey ho und willkommen zurück youtube zu einem kleinen info video ich möchte euch darauf hinweisen wie ihr bestimmt schon gemerkt habt bei dem letzten part von adventure maps minecraft as a hero war der ton verschoben ich lade gerade den zweiten teil hoch von as a hero da wird leider auch noch verschoben sein ist gerade bei 60 prozent wie ihr seht wird so ein zwei stunden kommen weil mein internet sehr langsam ist und hier er hat bereits drei abonnenten eigentlich zwei weil ich habe mit meinem zweiten kanal den auch noch abonniert hihi youtube bietet jetzt live streaming videos über hangouts on air werde ich irgendwann vielleicht auch noch machen ja und ich habe eine frage an euch vielleicht eine von einige von euch haben es mitbekommen gronk hat jetzt einen letzten test zu einem nicht minecraft klonen auch einen zu einem sandbox spiel sandbox game ja eines test rausgebracht gebracht und ich wollte fragen ob ich auch so als test machen soll zum beispiel von diesen von diesem ein game habe ich mir jetzt das auch untergeladen hiện järgig vorort schwingen zwei habe das ist da mache ich als wenn du das test das wird dann da immer so 10 bis 15 minuten werden und dann würde ich eins von t world scp 087 habt ihr habt 7 scp 87 habe ich ja schon ein video rausgehauen dann werde ich jetzt test machen nur wenn ihr es wollt das heißt ja genau das heißt herr terrasson ok und das ausspricht dann von dem werde ich das test machen nur wenn ihr es wollt von stp 87 b von fcp 87 g und von stp 87 e werde ich ein das die test machen natürlich nur wenn ihr wollt sagt mir bescheid und ja ich möchte nochmal danken für drei abonnenten ja ja falls in mir sonst irgendwelche empfehlungen für spiele test für sonst irgendwas zum let's plane habt dann schreibt so in die kommentare schickt mir schickt mir die privatnachricht sonst noch was ja ich habe hier auch twitter verlinkt und google plus ja und bis zum nächsten mal euer michael zockt